Untertitelung im Auftrag des ZDF Achso, und wer noch kein Abzeichen hat, muss ich nur melden. Mannschaft, Panzerregiment 16, 2. Platz, Gesamtwertung, die fehlen Pro-Kunden, Armin Fähliger. Achso, Axel Ballmann. Ich bin noch hier. Nee, du warst noch nie da, so. Nee. Du bist noch zwei Kunde. Du wirst schon gar nicht, wo du bist. Bist du da? So, die dritte. Ich bin jetzt kurz, um zwei Minuten, mich erinnert. Unser Meintrittskammerat ist während des Schießens, also während der Weltkampfdurchführung, Entschuldigung, verstorben und wir haben den Weltkampfdurchführung vier Mann beendet. Das muss ich jetzt zu Ende machen. Danke. Ich möchte bitte, dass du jetzt sagst, dass ich dritte geworden bin, aber keine Urkunde gekriegt hat. Äh, ach du scheinbar, also ich habe keine Urkunde. Ja, sie ist ja das dritte geworden, auch durch einen unglücklichen Umstand, sie hat nämlich geheiratet, hat sie keine Urkunde gekriegt. So, ja, beim Schießen bitte auf achten Rotlinie. So. Sechs bereichst auf der Stelle. Also warten. Ach, wenn das, die mir aufgefasst. Und die Bienen dazu, die Menschen. Ich glaube nicht. Ich sage mal, ich habe ein paar Jahre in die Schnelle, die wir hier hinwegkriegen. Jo. Ja. 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 So auf Gefecht! Waffen zu durchsicht! Was wir da noch mal ansagen müssen, die Waffen mit denen man schießt, vor allem wenn man mehr rabt, ne? So, zur Trefferaufnahme! Arsch! Er ist ein Arsch! Ja, also gleich kommt Granatwerferfeuer hinlegen! Griechen! Ach so, wer bei der Lehranweisung nicht aufgepasst hat oder es nicht mehr weiß, da liegt die Dienstvorschrift, da können wir reingucken, was die Kommandos heißen. Auch bitte hier liegen lassen! Wie soll das bleiben jetzt oder... Ja, ja, Brummen wurde abgekriegt! Ich nehm's an, ja. 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 Ich nehm's an, ja.